Keine Sporen, kein, 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 geil. Besser geht's nicht. Oh, krieg dich ein, Junge, du hast keinen Rucksack dabei. Oh, der Skepp hat geschrien. Aha, aha, aha. Oh, der Skepp hat geschrien. Oh, der Skepp hat geschrien. Oh, der Skepp hat geschrien. Ach, Alter, halt doch, die Klappe, Menschenskimmel. Ach, Alter, halt doch, die Klappe. 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 Das war, glaube ich, das, wovor ich vorhin entdecken gegangen bin, würde ich mal sagen. Ach, Alter. Ach, Alter. Das war's für heute. Soll er seine Habe verstecken von mir aus? Aber das konnte ich mir jetzt nicht durch die Finger gehen lassen. Ein einzelnes letztes Opfer von oben zu erschießen, das war hinterhältig und gemein. Ich bin auch kein Stress mit den Skeps. Obwohl ich fast vermute, dass sich das nicht vermeiden lässt. Ich bin auch kein Stress mit den Skeps. Wo waren wir es jetzt? Ich bin auch kein Stress mit den Skeps. Ich bin auch kein Stress mit den Skeps. Ich bin auch kein Stress mit den Skeps. Da rechts hier oben. Da gefällt mir nicht. Da gefällt mir nicht. Gut, dass ich nicht geschossen habe, aber es waren zwei. Jetzt hat da einer eine Granate geworfen. Die werden nicht... Ich werde doch hier nicht... Da kommen Schiss geflogen alle. Ey, lass mich bloß in Ruhe hier. Ich habe damit nichts zu tun. Ich will meine Scheiß-Quest machen, Mann. Ich hatte erst vermutet, dass der da oben noch zu denen gehört, sozusagen, dass er praktisch den Rücken frei hält. Aber dann fing er an, Granaten nach ihnen zu werfen. Das fanden sie nicht so toll. Einer jammert. Da geht's ab. Einer flickt sich. Wenn ich wüsste, wer hier noch lebt und mehr tot ist, könnte ich den einen noch helllich erschießen, so wie ich bin. Aber nee, komm, lass sie gehen. Ich will meine Quest und fertig. Ich habe auch keine Granate, sonst könnte ich die jetzt hinschmeißen. Naja, gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr los. Jetzt hat er sich schon halb geflickt. Ach komm, lass uns doch vorbeiziehen. Ich habe keinen Bock, ey. Wie viel da ran ist das jetzt? Auf jeden Fall wegen diesen zwei beschissenen Antennen, Mann. Das kann nicht wahr sein. Ich habe die Faxen dicker. Vielleicht waren das die auch unten vom E-Werk. Vielleicht waren das ja drei. Aber wenn er sein Köpfchen reckt hier, ist er tot. Da knall ich ihn ab. Das hört sich nämlich alles ganz gut an. Schüsse sind schon wieder hinten Richtung, ja, Scaf Island. Kaputte Straße, so die Richtung. Immer noch nicht weg. Er war allein. Sein Kumpel hat es wahrscheinlich zerrissen. Mal gucken, was wir für Leichen flattern können. Du kannst ja dem Überlebenden den Rest geben. Ja, hier ist fröhlich am Zeug verstecken. Das suche ich, Alter. Ja, fleißig wie ein kleines Bienchen. Nicht wissend, dass der Matze hier jeden Schritt belauscht. Ich hoffe nur, er kommt hier nicht runter. Ich bin schon wieder verkrampft. Das wäre gemein gewesen. Ich meine, am E-Werk, das war auch gemein, sozusagen. Aber da habe ich ja... Er war ja nicht verletzt. Und die waren mindestens zwei. Das hätte auch mein Tod sein können. Aber hier jetzt, wenn er sich zusammenflickt. Ah, nee. Das ist... Das ist... Das ist kacke. So will ich auch nicht sein. Da weiß man da... Kampf getobt hat. Ich habe gedacht, das war über meinem Kopf direkt. Da liegt der erste zusammengefackelt. Also, ich habe es gewusst. Ah, und hier ist der drückgang. Ich habe es gewusst. Ach, und es geht? Was gäbe es, Alter? Oh, Mann. Mist, jetzt scheint es wieder, weil ich nichts zu essen mit habe. Hier noch was zu essen. Ach, Alter. Oh. Aber wir kennen uns mit der Situation aus. Wir haben sie schon mal bewältigt. Das wird uns hoffentlich auch diesmal gelingen. Oh, nochmal kurz durchs Ressort rammeln. Ich will was zu essen finden. Oh. 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 Sonst befürchte ich, wird das ja nichts. Komm, bitte was zu essen und zu trinken. Oh. Geil. Oh. Oh, geil. Rein in den Wands. Na ja, gut. Ne, voilà. Das eine nehmen wir so mit. So, und jetzt. Trinken geht immer noch. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber der Rest. Ja, gut, trinken ist auch nicht so toll. Oh. Oh, der Tote. Hat sich in Luft auch gelöst. ich mache mich raus scheiße drauf geschissen ich mache mich hier raus ich mache mich raus keine energie mehr naja so wenigstens die quest abgeben fertig endlich man beim vierten versuch ewig getaumert mann ein und 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 und